Ach, selten. Nein, eigentlich noch nie wurde mir bei der Recherche zum Funnel der Woche derart schlecht. Ich war zwischendurch der festen Überzeugung, zu tief gegraben zu haben. Also, Achtung, Schmerzen sind im Anmarsch. Denn in Paula ist schwanger und will Geld von mir, werden wir Zeuge dessen, was eine Subkultur mittlerweile für Ausmaße angenommen hat. Zugegeben, eigentlich könnte jedes Funnel aus dieser Szene hier auftauchen. Dieses ist eigentlich nur ein Beispiel. Aber fangen wir vorne an. Zunächst einmal, hinter diesem Thumbnail verbirgt sich, logischerweise, ein Minecraft-Video. Liegt dir auf der Hand. Da Minecraft auf YouTube aber noch nicht genug Aufsehen erregt, bedient man sich bei einer Menge Rot. Ein Bild, das normalerweise nur von Porno-Twitterbots verwendet wird, Emojis und eigentlich allem, was dazugehört. Das ganze Thumbnail ist wie ein zum epileptischen Anfall einladendes Leuchtreklameschild, das einem den Weg zur sofortigen Verzweiflung weist. Besagte Person Paula, wahrscheinlich ein Junge mit verstörendem Stimmverzerrer, erzählt unserem Video-Autor SkyGuy hier nämlich, sie sei schwanger. Über die nächsten 13 Minuten erstreckt sich ein Gespräch beeindruckender schauspielerischer Talentfreiheit, voller vulgärer, sexueller und hin und wieder auch wirklich ekelerregender Sprache. Aber hey, dient ja nur als Stilmittel. Paula sei eine 15-Jährige, die sich regelmäßig und lautstark auf Minecraft-Servern prostituiert. SkyGuy und seine Freunde hätten damit nichts zu tun, sie profitieren nur von ihrer Skandalösität. Das Prinzip ist klar, durch Skandale und Kuriositäten Aufmerksamkeit erzeugen, andere, fremde Personen den fragwürdigen Gram sagen lassen und selbst immer wieder einwerfen, wie moralisch verwerflich das ganze doch ist. Ja, und das alles dann natürlich auch noch hochladen und im Thumbnail und Titel entsprechend anpreisen. Diese Person scheint sogar derart skandalös zu sein, dass man ihr eine nicht unwesentliche Anzahl Videos zu verdanken hat. Für jeden Außenstehenden eine auf dieser Plattform fast beispiellose Verzweiflungsquelle, den Zuschauern hingegen scheint dieses Puppentheater allerdings nicht aufzufallen und man vereint sich für gemeinsamen Hass gegenüber einer inexistenten Person. Ein wunderbares Beispiel dafür, welcher Ausmaß sie die Subkultur Minecraft auf YouTube mittlerweile angenommen hat, aber dazu mehr am Dienstag. Jetzt sollten wir uns erstmal alle von dem Schmerz erholen. Das war's für heute. Das war's für heute.